Musik KHIT, Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und Leiter. In den hochtechnisierten Ressorten der Kliniken ist die IT und deren innovative sowie ausfallssichere Funktionalität in allen Bereichen des Klinikalltages heute überlebensnotwendig. Musik Ein Fundus von neuen Technologien und eine wertvolle Quelle des Erfahrungsaustausches sind unsere regelmäßigen Tagungen im gesamten Bundesgebiet. Musik Hier wird Brainstorming in angenehmen privaten Rahmen möglich. Musik Sie sind Dienstleister eines Dienstleisters. Und wenn du das Krankenhaus als Dienstleister hinterwitter Dienstleister hast, unter anderem eine IT, dann geben die Krankenhausmitarbeiter diese Humorlosigkeit, die sie selber von den Patienten erfahren, an die IT weiter. Die IT hat das halt hinzukriegen. Punkt. Musik Musik Namhafte Hersteller von IT-Lösungen präsentieren sich und ihre Neuentwicklungen auf unseren Veranstaltungen. Für Mitglieder der KHIT ist dies die Gelegenheit für eine aktuelle Marktübersicht und direkte Gespräche mit den einzelnen Firmenvertretern. Musik 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 Wenn wir dann ein Stück weiter rausgefahren sind, haben wir etwa in einer halben Stunde so ein besonderes Late-Night-Programm für Sie vorbereitet. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Ausflug, viele Gespräche, interessante Erfahrungen, aus und aus, nimm die besten Ideen mit und vergesse, was bei anderen schief gelaufen ist. Beim Abendprogramm bieten wir unseren Mitgliedern einen entspannten Rahmen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Dass diese Tagung bei unseren IT-Zulieferern einen hohen Stellenwert haben, zeigt die rege Teilnahme der Vertreter und das großzügige Sponsoring für die Verköstigung der Teilnehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017